Er hat gerade erschossen, weil ich es doch gehört habe. Nein, Tautor ist auch rein. Ich habe ihn nicht geschoben, den er übrigens schwört. Nein, Judy, du schockst da rein. Ich werde sicher auch. Herzlich willkommen zurück, Leute. Neue Woche, neues Glück. Heute mit Judy, Tautor, Kunan, Grants, Fisk, McFly, Maro, Nils. Moin. Hallo. Neuen Leute heute. Gents, geht ab. Okay, ich bin weg. Hast aber Glück gehabt, ich hätte beide abgeschossen. Das ist ja mal eine schöne Map. Also Nils und ich müssen Inno sein. Maro könnte immer noch Traitor sein. Ich muss auch Inno sein. Wir lassen das Schicksal entscheiden. Bloß nicht das Nils-Schicksal. Hey, Fisk, ist die da drin. Du hast hier rum geballert. Wer ballert hier? Du hast auch hier drin geshoppt übrigens. Ach, geballert oder geshoppt? Ich, Sach, Grants ist das. Hat irgendeiner was, glaube ich, geplantet? Bipip. Wo bist du hingegangen? Wo ist sowas geplantet? Ich glaube, die Melon kann man noch planten. Die Melonen. Ja, aber doch, die Bombe kannst du planten. Fisk, was hast du da geworfen hier? Jetzt wird, glaube ich, einer abgestochen. Dem Prop-Dingens kann man auch noch legen. Das weist darauf hin, dass du Trader bist. Grants ist Trader, deswegen vorgehe ich ihn. Warte mal, aber hier drüber. Aha, das sagen alle Trader. Das meint der nicht über das Headset. Das hat der durch das Headset aus der Nachbarn. Ja, ich halte hier. Ich halte hier, was ist einer in der Nachbarnwohnung. Ist das denn ein Trader-Tester? Ich verfolge Fisk. Du warst so lange in der AFK, du hast verpasst, dass ich den Witz vorgehebe habe. Fisk ist tot. Ich glaube, da darf man nicht rein. Kann das sein? Fisk ist auf jeden Fall in so einem Kamin oder so tot. Ich weiß nicht. Dann ist er wirklich tot. Das ist mir auch schon mal passiert. Wer hat mich gerufen? Passiert, der wurde da reingesteckt. Also habt ihr auch keine Sintermant bei Julie gehört? Oder weiß ich das nicht? Was ist mit Julie? Was? Das war nur bei dir. Das könnte ja dein Handy sein, Maru. Finde ich nicht. Du warst so nah bei diesem Kraftding da. Julie. Grancy. Du hast eine Sword-Off hier oben liegen lassen. Ich dachte, du warst so spiegelig. Ja, ich habe schon genug. Ich bin nicht gierig. Hast du genug Sword-Offs? Ja. Ey, von hier hat man voll den geilen Blick. Hallo, McFly ist an der Leiche vorbei. Gerade will ich nur kurz anmerken. McFly muss es sein. Ich bin da ja auf der Straßenkreuz und ich muss den schnell erstmal in Sicherheit ziehen, weil sonst sterbe ich auch noch. Er wurde gerade erst erschossen. Boah, weißt du, dass er gerade erst erschossen wurde? Weil ich den Schuss doch gehört habe. Nein, Toto ist auch rein. Ich habe ihn nicht geschoben. Den letzten, den Elbling ist schwer. Ey, Julie, du tust da so schnell wieder rein. Ich bin jetzt sicher auf. Ich bin jetzt sicher auf. Nee, das war Nils. Tschuldigung, 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 Tschuldigung. Das weißt du nicht, ich habe die Leiche schon berührt. Das kannst du nicht wissen. Ich habe den Tartort schon geändert. Vielleicht kannst du Dingens nehmen. DNA. Müsste nah genug dran gewesen sein. Passt auf Kunran auf. Passt auf mich auf, genau. Irgendwer will mir was tun hier. Dack, duff, 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 duff. Löff die Granaten auf Kunrans Dach. Und schreit, bo, bo dabei. Ist es jetzt Kunran oder nicht? Da, Lu. Maxi. Halt, warte mal. Bist du das wirklich, Maxi? Das bin ich, ja. Okay, wieso hüpfst du? So hüpfst du uns nie. Ah, da. Ich hatte ein bisschen Panik. Warte mal, ich habe auch nicht. Kunran lebt auch noch. Kunran, ich habe keinen Bomber, ich habe eine Diegel. Ich glaube, der Ticket ist tot, oder? Ich glaube, du bist ja angegrant. So eine dumme Frage stellt uns. Ich stelle keine dumme Fragen. Ich stelle nicht so dumme Fragen. Kunran, wird es doch einfach gewesen sein. Hier, bei mir ist er. Er kann mich. Kann ich machen. Mit deiner Shotgun und ich hier mit meiner Sniper. Einen Schuss hast du halb und frei. Das ist wohl richtig. Wenn ich ihn setzen wollte. Aber ich könnte nicht machen. Du wirst es doch. Ja, guck doch, was für einen perfekten Blick du auf die Kreuzung hattest. Du warst ein Toter auf der Straße. Wo lag er überhaupt? Ja, ja, genau da. Da liegt übrigens wieder einer da, du. Ja, und jetzt danach hast du in das Haus gerannt. Ihr beide seid es, jetzt sind alle tot. Fisk lebt auch nicht über den... Hey, warte, Maru rennt doch da vorne. Maru rennt da vorne auch noch. Halt, warte. Der Inno von euch drei Katschini sind. Gratis ist Trailer. Nein. Und schießt gerade den letzten Inno ab. Nein, bin ich nicht. Ach, hast du gemacht. Weil du weißt, dass ich Inno bin. Mein Fettig, ey. Also, Kundran muss es auf jeden Fall sein, wenn ihr euch duelliert. Nein. Hab ihn. Hab ihn. Okay, war Tracer? Egal, Kundran, du bist es auch. Auch wenn... Halt, warte, ihr beiden habt mich verarscht. Nein, bist du bescheuert? Ihr beide seid die letzten und ich für den letzten Inno. Alles abgeschlossen. Oh, leil. Wie kann ich auf so eine Kacke rechnen? Ja, ja, deine dumme Frage schon mit dem Boomerang, ey. Jetzt ist er sonst wo hinschwein. Ich bin da, wo Kundran mich nicht hat abschießen können. Weil ich ihn dann fertig gemacht hätte. Wir warten mal kurz, bis sie da. Hast du nicht verarscht von euch? Ich bin halt immer noch in dem Haus drin, Leute. Fünf Runden hätten doch gereicht. Wo ist Fisk, wenn man ihn mal braucht? Fisk ist im Ofen. Was ist im Ofen? Der hat immer einen schönen Fenshubi. Komm nur einfach rein. Nein, nein. Der ist echt oben im Haus noch drin. Oh Gott, das ging daneben. Ich flieg nach oben, ja? Ja. Warte, ich geh vor. Warte, ich hab Fade, ich geh vor und du haust ab. Das steht direkt. What? Hä? Achso, ich stehe jetzt mal kurz. Wird das neu spawnen. Halt dich gar nicht drauf warten, dass man dich irgendwas erwischt. Du kannst einfach bei dummen Fragen direkt schießen, ey. Aber Grin stellt wirklich immer dumme Fragen. Ja, weil der Trader ist, macht er das. Habe ich dich ganz am Anfang schon. Die Dumofrantheorie trifft eigentlich immer zu. Nur auf den Trader. Und Juli schubst da alle in den Ofen. Ist das echt ein Ofen? Ja. Und Tautor, du wurdest da so reingezogen, oder? Reingezogen? Er stammt davor, plötzlich fliegt er rein, als ob er da reingelaufen ist. Bist du reingelaufen? Ich hab nur kurz meinen Kopf zwei Millimeter reingeholt und war schon tot. Achso. Was passiert hier für eine Parade? Siehst du nicht an? Yeah, okay. Parade weiter. Das sind fünf Leute, die hintereinander herren. Ja. Ja, Juli. Ja, Juli. Ey, spring noch mal, Tautor. Ich kann nicht springen. Alle in uns einmal springen. Alle in uns einmal springen. Das hat jemand kaputt gemacht. Ey, jetzt hat eine Plasma an mich geworfen. Von Tautor. Ne, Tautor hat Boomerang. Er ist im Deadringer. Tautor hat Boomerang. Da, wo wir gerade waren. Ja, das hilft ihm. Der ist da noch. Ey, Maxi. Oh, den hat's zerrissen. Maru hat ihn gekillt und irgendeiner hat noch auf Maru geschossen. Nein, Maxi hat auf Maru geschossen. Er lebt. Moment. Wiederbelebt. Wiederbelebt. Er war auf jeden Fall so. Maxi, hinter uns. Ich hab den Deadringer von Tautau und Maru hat ihn gekillt. Ja, er lebt noch. Ich treffe ihn nicht nur mit der Shotgun, leider. Doch, okay. Renz hat auf jeden Fall drauf geschossen. McFly hat acht Sekunden später auf die Leiche geschossen. Maxi hat vorhin eigentlich auch nichts drauf, glaube ich. Ich brauche hier meine Privacy. Scheiße, ich komme nicht mehr aus dem See raus. Leute, der Fall ist abgeschlossen. Fisk und Juli können sich duellieren. Nein, ich versuche hier noch eine Waffe zu kriegen. Was ist denn? Stimmt, Fisk und Juli. Kunde, dann hast du gesagt, du lebst auch noch. Du bist ja auch Detective. Es leben doch noch viele. Da hinten ist er, Maxi. Wo? Es ist Juli. Ja. Juli oder Fisk sind's. Nein, dann ist es Fisk. Geht auf Fisk. Ich schwör. Da, sie duellieren sich. Okay, es ist Fisk. Es ist McFly. Was? So ne Scheiße. Was lauwe? Fall an, siehst du. Beweisführung. Fall abgeschlossen. Und nur zwei aufeinander hetzen. Mann, ich lebe noch und der Fall ist nicht zugegangen. Oh Gott. Oh Mann. Ich wusste, dass McFly ziemlich spät auf die Leiche geschossen ist. Aber ich habe echt auch noch mitgeschossen die ganze Zeit. Ja, das ist nicht. Hat der nicht. Doch, ich habe auch Farbe getroffen. Nein, hat der nicht. Doch, das ist ein Starter-Kid. Kartoschidt. Und ne Shotgun, ey. Und ein Fahrrad. Ja, nein. Das ist für mich, habe ich gehört. Herzlich willkommen, Leute. Wiggle, Wiggle. Ey, die beiden, die ich da gefangen habe. Ich will ein ordentliches Duell zwischen euch beiden am Anfang sehen. Um das Fahrrad. Jetzt mach keinen Schatz. Ey, wer hat mit dem Fahrrad aus der Hand gekürt? Ich bin zu schwer für das Fahrrad. Ey, wir schlägen das Fahrraddieb da. Okay, alles klar. Laut. Es ist Nils. Es ist Nils, ja. Sperrt uns hier alle ein. Nein, nein. Hoffenweil ist es nicht. Ihr schießt nicht auf ihn. Nils, wenn wir hier gleich alle schlagen. Aber Kun dran, Ziel davon. Sehr verdächtig. Ich glaube, ich habe ihn eingesperrt. Das Ding ist eingetreten. Es ist Tautou. Es ist Maru. Da drin ist Blut. Ja, da drin ist ein Worte. An die Scheibe geklatscht. Oh shit, Leute, ich verbrenne. Tautou ist explodiert, glaube ich. Wer ist noch im Klo? Hallo? Willst du bitte aus dem Klo raus? Hier muss die Polizei rein. Das heißt, der Traitor muss wiederbelebt worden sein. Friendship! Ich bin tot. Hilfe. Hilfe. Au. Ich wieder. Tautou, Leute. Shit. Hallo? Hallo? Wer ist denn jetzt? Ey, Leute, ich habe einen Friendship-Beam und ich weiß nicht, woher. Ja. Ja, ja. Ja. Ich will jetzt die Klo ab und alles am rumbringen. Das ist meine. Wer ist jetzt bestätig? Was für eine scheiß Mikro? Oh shit. Oh god. Das war ein scheiß Mikro anscheinend, ne? Lebt die jetzt noch? Oh, mit dem Friendship, er kann ja auch von damit Das war die Leiche Ich seh nix, alles rum Woher hattest du denn den Friendship, ey? Das weiß ich nicht, ich stand in der Ecke und hatte den auf einmal im Inventar Ich weiß auch nicht, wer der war Ey Fisk, zweimal hintereinander killst du mich Ich hab mich hier in die Ecke gesetzt, guckst du das Inventar durch und hab noch mal ein Friendship Ich hol mir die Rache Gibt da so ein Friendship, ne? Einfach so ein Friendship, er hat sich ja beigecheatet Man muss ja eigentlich Tautor, als er gestorben ist, noch in meiner Tasche gehabt haben Tautor war doch gar keine Schwerte Also der, der auf jeden Fall in dem Rauh auch mit der Märtyrer war, Maru dann Das war ich, das war meiner Ich wollte eigentlich erst mit dem Friendship in die Luft gehen Dann hab ich gesagt, Moment, warum ich nicht mehr Friendship 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 Der Friends-shit Kann ich machen Hey Shit Gefängnis gefunden Wow Dieser Piss Ist okay, das macht jeder, ist alles gut Mit der soll ich drei Tage unter einem Hörter spielen mit Fette, Alter Es ist noch nicht safe Kunder ist von der Leider gefallen, das war auch komisch Da bin ich, guck, dann kommt er gar nicht so leicht hoch Oh, und es hat auf Nein, doch, ist eine Oh, und ich bin weggegangen, das ist schlecht Wer snipe da oben, okay, der Dede, der darf Ich hab aber jetzt einen Shotgun Also hier drin, meine Shotgun liegt jetzt hier oben Maru war da nicht eine Shotgun? Ja Das war, glaub, für mich, gell? Die Shotgun Ey, Nils guckt mich an Was, du gibst echt die Shotgun? Du gibst mir eine Farmer, sie ist viel besser Gerne, wenn du so denkst Ich mach gerne Handel mit dir Gerne wieder Und warum hast du geschossen? Weil ich Grants noch bestrafen wollte für das HSV-Spiel gestern Bestraf, HSV-Spiel? Die Bestrafung Au Maxi, wie kommt man da hoch? Oh, Fisk, das bist du Ja Hey, geschossen Wie kommt man dann hoch? Pfff Ganz am anderen Ende der Welt Grants, wer darf das auch umlaufen? Vorsicht, jetzt ist es voll laut drin Nein Nein, wir haben eine Granade hochgeworfen Liegt jetzt am Container Das war die Dass der da jetzt raus reingelaufen ist War das Grants? War doch umlaut im Namen Grants, warum wirfst du da was rein? Oh, nein! Julie ist es! Was? Was laberst du wieder? Ich bin gerade Fallschaden bekommen Grants hat da übelst die Bombe reingeworfen Also es wurden ein paar die Arme linge Wie bist du da hochgekommen jetzt? Wieso ist... Und Grants ist tot und sagt dann, ich sei's Ganz toll Wieso ist das im Fallschaden gestorben? Ja Oder wurde der gebabied? Ich weiß es nicht, das ist explodiert Exploding auch, oder? Der lief vor mir und plötzlich flog er davon Aber... Wo hast du jetzt drauf geschossen dann? Dalu hat Julie getötet Nein Confirm erst mal die Leiche Julie ist schwer tot Huskus frei auch zum Abschluss, er verkämmt sich Ich? Wer? Ich wollte hier hoch, aber hier gibt's keinen Weg Ja, warum sollst du mir hinter der Ecke der Map reinkriegen, ey? Alleine Nils hat mich confirmed, will aber nicht die Leiche confirm, die ich angeblich geschossen habe Wo ist denn Nils? Ja Dalu läuft als Nils rum Vielleicht laufe ich jetzt schon als Kunden ran rum Das wisst ihr gar nicht Was ist das denn? Random Nails Random Nails Das sind die besten Nails Natürlich Goldene Die Jeans kann auf jeden Fall eskalieren K migle ist tot Kundrein Oh Fiskor ist doch die Taube her Fuck hier Fuck hier Irgendjemand hat auf Juli geschossen Wer war das nur? Mau hat doch vorhin die Granate geschmissen Wer liegt hier? Wer hat die ganze Zeit geschossen? Ich weiß ja nicht von wo Ich glaube noch wieder Du musst ein Radar kommen Fiskor, finde ich den glaube ich nicht Sag mir mal da mal wo Dann irgendwo oben Ja Ich habe keine Munition mehr Weg! Kein Problem Er kommt wieder Oh nein Er kommt wieder Und ich bin stuck Nice Du bist stuck Ja, man spawnt Wenn die eine Tür offen ist, dann spawnt man in der Tür drin und kann sich nicht mehr bewegen Kannst du nichts tun machen? Kill dich oder so Doch jetzt schon Nee Der kann nichts machen Vielleicht springen? Springen? Ich versuche es ja Versuche alles Disco Yay Dope Das ist... Okay, das ist jetzt echt... Ich bin schon aufgelaufen Aber gewonnen Und die Tür geht zur anderen Seite auf Ganz, ganz toll Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut bis hin und ciao Ciao Tschüss